jo leute herzlich willkommen zu minecraft phantasia folge 3 glaube ich ja also ich bin bestens ausgerüstet für den hausbau ich habe auch noch normalen stein hier habe ich noch ein bisschen was hier meine siebte kohle ja cool ich habe den ganzen stein von hier gefarmt wo könnten wir unser haus bauen wir können es ja im neuen gebiet machen weil hier ist ja ein neues gebiet und da können wir vielleicht irgendwie hier bauen würde ich mal sagen oder man ist ein idealer platz finde ich ich baue ich baue es hier einfach und guckt so na also ich bin jetzt ein bisschen mit meinem haus also ich habe ein bisschen haus angefangen mir ist der normale glatte stein bisschen ausgegangen das war natürlich ein bisschen kacke kann ich es noch mal zeigen weil es war ja ultra hart schnell kann sein dass die folge nicht so lang werden könnte was ist das da hinten also ist ja auch egal hier habe ich auf jeden fall die wände gemacht hier ist eine kleine tippe damit nach oben kann und nach oben also hier oben habe ich auf jeden fall schon mal diese cobblestone stämme gemacht hier unten wollte ich auch noch machen warum habe ich die nicht gemacht ich bin so schuselig die kann ich ja eben noch schnell macht auf jeden fall ihr wisst dann wahrscheinlich auch was für eine art ich baue ich versuche es zu ähm so weit so fern wie möglich an mein world house zu grenzen also mein world house wird ja bis folge 20 komplett mit einem cobblestone gesägt sein aber es wird nicht dieses glatte stein haben sondern nur koppeln ja und ja 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 kann ich auch sagen ich werde wahrscheinlich auch noch offline ein bisschen was machen aber ist ja auch sehr vertreten ich meine wir wollen ja eine riesige Däger und Villa haben und außerdem habe ich mir noch gedacht darauf hat mich ein zuschauer informiert äh mit dem ich im kontakt habe dass ich vielleicht auch ein bisschen mit dem bunker da hinten oder was auch immer das darstellen soll äh ein bisschen mit man irgendwas damit bauen soll also dass ich vielleicht einen weg nach deinem baue oder die größer machen größer werde ich sie auf jeden fall machen falls irgendeine weltkatastrophe passiert und so wie die atmosphäre hier ist ähm glaube ich schon dass das irgendwie passieren könnte aber dazu von 100 200 Kilo und so weiter mehr ok das sieht doch schon mal ganz gut aus ich guck nochmal beim beim bei unserer warme Schiene hier bei unserem Ofen und so weiter alter und der Ofen ist so eine tolle Technik wie steht es mit dieser Kohle ähm ähm morgen war Plattformen da ist noch wenig weg ähm wie der da ist ähm ich musste grad ein bisschen telefonieren bei mir ist noch ein bisschen telefonieren ahja ich hab hier noch äh äh das ist gut das ist gut habt ihr das gerade mit meiner Hand gesehen? äh 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 ok 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 was können wir an dem Haus nochmal ich platzen nochmal die Steine die Steine mein World hab ich natürlich auch schon gedreht mein World wird wahrscheinlich heute auch noch kommen ich weiß es nicht ich guck mal auf meinem Plan wie jetzt der True kam gestern kann ich natürlich kein Phantasien machen wo auch kommt mein World morgen kommt dann wieder das True ähm Donners am 2. Söldern weg hoffe ich dass ein neues Projekt mein Korrektur hier kommt hier steht es nochmal mit unserem Rufstein das würde ich mal gerne erfahren ich würde sagen dann sehen wir uns gleich nochmal wieder wenn ich ähm ähm normalen Stein habe ja jetzt bin ich fertig ähm ähm eins weg nochmal und 37 Stein ich hab noch noch ein bisschen Stein geholt äh so viel genau so viel wie ich jetzt habe jetzt baue ich nochmal schnell ist auf ich meine wollten wir auch noch sehen wie ich es mache nicht dass ihr denkt oh das war so schnell der hat irgendwie geschietet und wir haben es nicht gemerkt weil es so schnell war äh nee bevor wir sagen beim Hausbau schicken die Frage und ich hab Alter heute musste ich schon so oft essen weißt du und wollen Hunger allein ich ich kann euch schon mal versichern dass äh mein mein cooler wird auf jeden Fall ab der zwanzigsten Folge weil ich diese Folge schon gemacht habe wie ich schon geil lieb muss ich nicht sagen oder finde ich auf jeden Fall ich bin ja nicht so der äh Alleingänger Typ so ähm der das Projekte macht aber ich finde die Folge ist gut geworden bald kommt 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 ja bald die zwanzigste Videofolge von Minecraft rein wird wird glücklich eine 10 Minute Folge sein das wisst ihr alle ist ja egal 10 bis 13 Minuten aber ist ja immer so da werden wir auch zwar kein neues Intro machen aber ich werde ein Jubiläums Intro für diese einzigen Folge machen natürlich mit meinen und anzeige schon wieder mach ich die ja so wir haben nur noch 16 brauchen wir hier noch was ok nein ok würde ich sagen wir müssen nur nach oben was machen ich ich möchte die ganze Zeit diesen Kontrolle hauen dass er nicht ganz dass er mal mal rennt aber ich hab ja Tumor ne also nicht mit echtem Leben wenn wer guckt eine kleine Umfrage schreibt mal in die Kommentare guckt ihr heute Benfica Lissabon gegen Bayern München Champions und wenn ja ähm was glaubt ihr wer mit den schreibt mal Hashtag ja oder Hashtag falsch und Hashtag wenn wir kein Lissabon oder Hashtag Bayern München schreibt ich würd mal sagen schau Leute ich weiß ich weiß grad nicht wie lange es war dazu schneid gerne nach hinein damit zu sagen schau Leute bald ist geil in diesem Projekt in my world wissen wir ja auch das abgebrochen gesteckt lassen dieses mega geile Projekt nennen würde ich sagen schau Leute